In Hohndorf, wo die Wiesen blühen, da liegt ein Dorf im satten Grün. Mit Tradition und Herz vereint, hier wird Gemeinschaft groß geschrieben. Matthias Kurschwitz, unser Mann, hat viel bewegt, was keiner kann. Hohndorf, ein Dorf im Grünen, hier wollen wir alle gern verweilen. Mit jedem Schritt, den du hier gehst, spürst du, dass du nach Hause kommst. Hohndorf, ein Dorf im Grünen, komm und erlebe es selbst, du wirst es lieben. Ein Unikat, das Herz berührt, das Hemd von Hohndorf so fein verziert. Mit Bildern, die den Ort beschreiben, Erinnerungen, die für immer bleiben. Hohndorf, ein Dorf im Grünen, hier wollen wir alle gern verweilen. Mit jedem Schritt, den du hier gehst, spürst du, dass du nach Hause kommst. Hohndorf, ein Dorf im Grünen, komm und erlebe es selbst. Du wirst es lieben. Du wirst es lieben. Ein Unikat, das Herz berührt, das Hemd von Hohndorf so fein verziert. Mit Bildern, die den Ort beschreiben, Erinnerungen, die für immer bleiben. Von Schirmens als Dank gestaltet, für all die Arbeit, die hier entfaltet.